Darüber gehen, oder? Kommt man denn darüber? Wo ist das Vieh hingaroppiert, hier? Das ist zwar schon ein bisschen heavy, aber... Hä? Oh nein, das ist ja noch ein zweites. Momentan... Wenn ich gleich rippe. Ist vielleicht nicht so optimal gelaufen. Aber gut. Das ist gerade ganz schlecht. Da können wir jetzt leider nicht reingrätschen. Ein Leben ist dafür nicht gut. Ich glaube, die haben die schon... Oha! Hat das gerade so geruckelt? Sind die schon auf dem Visier? Nee, ich glaube nicht. Ach, okay. Da-da-da-da... Da-da-da-da-da-da-da! Ich höre durch die In-Ears, die ich drin habe, höre ich draußen bei uns den Regen. Hier geht es anscheinend gerade richtig ab. Oh, ist das laut. Oh, hier sind Pfeile. Nice. Ja, das war's. Ist natürlich jetzt blöd. Oh, was ist das? Oh, oh. Du schaffst das schon. Ich bin weg. Ciao. Oh, ist der RIP. Gute Übung für dich. Oh, ich schaff das nicht. Ich hole dich mal rein und nimmer. Wenn Foxparks raus. Rüstung beschädigt. Warte mal, von dem brauchen wir nur eins. Oh, boah. Ah. 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 St billions. Ah. 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 Komm mit, wir hauen hier ab. Nee, ich bin gar nicht da. Oh Gott. Ja, ja. So, dann können wir uns mal noch mal angucken, was wir hier gesammelt haben. Elektrizität ist gut. Okay, sehr gut. Den haben wir jetzt auch ein paar. Ja, super. Für das nächste Upgrade brauchen wir was? Mühle, Weizenfeld, Kochtopf. Und schauen wir doch mal nach, wie viele Technologiepunkte. Wir haben zwölf. Machen wir gleich. Mühle. Weizenfeld. Wo ist der Kochtopf? Hier, Kochtopf. Perfekt. Aha, hier kommen jetzt langsam die mit den Fragezeichen noch. Feuerpfeil, Armbrust. Okay. Oh. Level 2 ist auch nicht schlecht. Okay. Theoretisch können wir jetzt alles basteln. Weizenfeld. Weizenfeld. Würde ich auch 2 machen, aber ich weiß noch nicht so genau wohin. Das ist ein bisschen blöd, ne? Würde ich eventuell da hinten irgendwo hin machen? Oder hier daneben? Das mit dem Platz ist hier immer so. Mach dir mal einfach 2 Stück da hin. Oh, da fehlt mir noch Weizensad. Okay. Da müssen wir warten. Ein Weizenfeld haben wir. Jetzt mal hier noch die Rüstung nochmal. Reparieren. Dann brauchen wir den Kochtopf. Metallbaren Feuerdüsen brauchen wir noch welche. Metallbaren? Haben wir nicht genügend Metallbaren? Wir haben nur noch 3. Krass. Wir müssen Erze abbauen gehen. Aber erstmal haben wir noch ein paar Statuspunkte. Ähm. Ne Arbeitstempo. Und ich würde sogar nochmal hier auf Angriff gehen. Dann legen wir uns erstmal hin. Oh, wobei. Die Eier sind fertig. Panking. Noch ein Panking. Okay. Dann zeigt er mir nur eins an. Ich hab doch gerade... Ah, jetzt. Äh. Dann lass mal kurz gucken. Panking, king. Aha, aha. Handwerk 2. Dann lass doch mal hier was austauschen. Dann holen wir hier gleich nochmal 2 neue Eier rein. Wir haben ja eins mitgebracht. Das würde ich direkt reinhauen. Hm. Dann würde ich das Grüne mal da reinhauen. Dann schauen wir mal. Dann legen wir uns, glaube ich, erstmal hin. Hm. 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 Geht sofort weiter. Hm. Das hier braucht gar nicht so lange. Interessant. Wir... Mal gucken. Mühle, Mühle, Mühle. Genau. Wir müssen noch... Hm. Produktion. Eine Mühle herstellen. Da brauchen wir noch ein paar Steine. Die können wir uns gleich holen. Zack. Zack. Noch gleich hier rein. Dann können wir auch die Mühle aufstellen. Welcher Holz im Weg ist. Dein Ernst? Okay, dann haben wir die Mühle. Was fehlt uns jetzt noch? Äh... Ach, der Kochtopf. Genau. Da brauchen wir, glaube ich, noch... Genau, Metallbarn, Braune und Feuerbüsen. Armes Knoll. Hungerig. Äh, dann lassen wir hier mal... Schon mal... Ui. Nee, so viel nicht. Machen wir es so. Gut. Irgendwas Erz. Ich werde die Spitzhacker noch reparieren. Naja. Ich werde die Spitzhacker noch mehr versuchen. Ich werde mich auf playern. Ich werde mich im Arsch nehmen. Ich werde mich airlineshkern nehmkówionârtyen. Ich bin so schön, ich bin so schön. da haben wir gleich ein bisschen erz da bringen das gleich weg reparieren die spitzhacke und feuer düsen müssen wir uns noch ein paar organisieren das kriegen wir aber auch noch hin so dann bringen wir das schon mal weg ihr habt auch schon fleißig holz hier gemacht sehr schön wird langsam habe ich denn überhaupt in fox parks draußen nope ähm ähm Ich bin hier. Was ist das? Was macht mehr? Halt die Taste Was mehr sind, wenn ich das rausnehme? Weil mit dem kann ich auch angreifen, da brauche ich keine Teile Was ist das? Was ist das? Oh jetzt bin ich überladen, ist aber nicht gut Ja Lass mal zurück, ich bin überladen Ich bin überladen, ich bin überladen, ich bin überladen Nicht denn so überladen gewesen Wie in dem bisschen Okay Oxparks, wo seid ihr? Ich bin überladen, ich bin überladen, ich bin überladen Eine da? So ist blöd Echt blöd Echt blöd Ich bin überladen, ich bin überladen Bleib doch mal stehen. Ich kann doch so gar nicht schießen. Ja, ey, ich spiel. Will mich auch komplett verarschen, oder? Nee. Oh, da ist noch so eine. Ist sie schon tot? Gibt's doch nicht. Wenn man die braucht, sind sie nicht da. Wenn man sie nicht braucht, rennen sie überall rum. Hm. Und du? Und rennen zwei. Perfekt. Perfekt. Ja. 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 Das war's für heute. Eine Foxparks. Die Feuerdüsen haben wir sechs. Oh, noch Weltschöne, das macht doch keinen Sinn so. Oh, da hinten. Hä? Wow, ich hängenbleiben. Einmal. Was? Ähm. Ja, ansonsten haben wir halt noch die Möglichkeit ins kleine Dorf zu reisen via Schnellreise und dort beim Händler Feuerdüsen zu kaufen. Aber da habe ich jetzt gerade eher weniger Bock drauf. Ups, Entschuldigung. Sorry. War echt keine Absicht. Tut mir echt leid. Ups. Kommst du denn jetzt her? Upsi. Oh, Tocke. Über Umrennen. So, haben wir das schon mal. Ja, da drüben gucken, ob da Foxparks sind. Fancy, gönnt sich eine Pause. Jawohl. Hm. Was ist hier mau jetzt hier? Oh. Das war jetzt wirklich keine Absicht. Entschuldigung, das war echt keine Absicht. Hey, 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 hey. Hey. Was ist hier? Was ist eins? Nicht getroffen. Treffer. oh das ist schon gut ich komme jetzt nicht hoch ganz easy hier ist ein steuerreisepunkt da oben ist ein foxpark foxpark fuchsbrecher warum ist noch so ein wederer da gehen wir jetzt erstmal nicht hin wie viel haben wir jetzt? zehn, das sollte eigentlich reichen dann machen wir uns mal rückweg oh läuft ich habe den gar nicht gesehen zack 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 Oh, hier ist noch ein Ei. Wie dick gefrorenes Ei. Ein gefrorenes. Hat so ein bisschen am Hocken hier. Hier ist noch ein Foto. Hier ist noch ein Foto. Hier ist noch ein Foto. Ich bin ein Foto. Was ist denn da drüben los? Hm. Da hauen sich zwei auf die Fresse. Ich glaube, irgendjemand hat verloren. Ein paar in deinem Team ist hungrig. Ja, das machen wir gleich. So, jetzt sollten wir ja theoretisch den Kochtopf bauen können. Yes. Ich mach den mal... Ich mach den tatsächlich da irgendwo hin. Wo ist der jetzt vorne? Wo ist der hinten? Ich hab keine Ahnung. So, dann müssten wir eigentlich alles haben. Das ist ja die Frage, was macht die Mühle? Die wird wohl Weizen verarbeiten, ne? Ja. Was? Weizen zum Mehl. Ah, okay. Das bringt mir grad mal nichts. Ich muss da mal auf den Kochtopf warten. Ja, da brauchen wir bestimmt dann neue Rezepte. Ja, genau. Da brauch ich mehr dafür. Ah, okay, 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 okay. Brauche ich das Feuer nicht mehr. Verstehe. Gut, wir können unsere Box upgraden. Jetzt müssen wir uns überlegen, wem wir alles rausholen zum Arbeiten. Ich würde hier noch, na wohl, ich würde noch jemanden rausholen, der für dein Weg ist. Ich würde hier noch, na wohl, ich würde noch jemanden rausholen, der für dein Weg ist. Gut, dann haben wir noch unsere Pal-Eier hier drin. Rücken wir mal das Grüne hier aus. Saftig grünes Ei. Kloppy! Wir haben ein Floppy bekommen. Gucken wir mal, was Kloppy so macht. Ja, wo ist denn das Kloppy? Floppy. Floppy, Floppy, Floppy. Oh no. Oh, hier. Floppy! Aussaat, Handwerk, Sammeln, Arzneimittelherstellung. Da müssen wir auch mal langsam ein paar herausnehmen. Ein bisschen Arzneimittel herstellen. Okay, gut. Mal gut zu wissen. Dann legen wir uns erstmal hin. Gut. Dann schauen wir mal, was wäre noch, was das nächste zum Upgrade kommt. Boing, boing. Bauer- und Waffenwerkbank. Technologie. Wo ist die denn? Waffenwerkbank. Die ist ganz hier unten. Brauche ich drei Technologiepunkte. Okay. Hier haben wir leider immer eine Fragezeichen. Schade, 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 Banane. So, dann gehen wir mal gucken, was wir hier noch bauen können. Wobei. Warum abbrechen? Ja, dann mache ich halt selbst. Gut, haben wir das schon mal. Können wir jetzt hier mal gucken, wegen Satteln, den ganzen Quatsch. Äh. Die Handschuhe habe ich zum Beispiel noch nicht. Können wir noch machen. So, dann können wir uns das mal angucken, was da so dabei steht beim Handschuh. Gummihandschuh zum Greifen von Joytok, wie auch immer die genannt werden. Ermögliche es dir Joytok damit bei Aktivierung der Partnerfähigkeit als Elektroschocker-Granate zu werfen, verwenden. Ja, zu werfen. Passt auch. So, hier fehlen uns noch Metallbarren. Haben wir den schon? Ich glaube schon. Den hier haben wir noch nicht. Das ist ja gilt. Hier brauchen wir glaube ich nicht Ja genau, ermöglicht das Reiten Von dem Vieh, okay Das haben wir Kann er nicht Irgendwie dabei stehen, ist schon gemacht Oder, keine Ahnung Ist irgendwie so nervig Oder schon im Besitz Irgendwas sollte da Mistyrese Pal-Statuen Die überall auf Palapakos Das ist wohl die Insel wo wir sind Zu finden sind Opfer Sie einer bestimmten Statue um stärker zu werden Die kann ich bestimmt noch bauen Diese bestimmte Statue So, noch eine Minute Oh Ist schon fertig Chill it Das ist das Vieh, was wir eben fangen wollten Nice Ja ich könnte auch auf ein paar Decks gucken Okay, nice, nice, nice Angriff 106 Das ist schon nicht schlecht Wenn der will einser Dann können wir hier eigentlich nochmal ein Ei reinwerfen Wir haben ja noch ein paar Das mal da Gut Uns fehlt jetzt hier Glaube ich nur noch der Sattel Und die Maschinenpistole Leitet da jemand oder nicht Ich muss mal kurz Glaube ich wieder im Bug Wo ist die Ja Ist wieder verbuggt Okay Arbeitstempo 84 Arbeitstempo 35 Oh mein Gott Hier Wechsel Dann lass mal kurz gucken Arbeitstempo 70 Okay, das passt Arbeitstempo 70 Bei denen hier Passt auch 70 Bei denen Passt auch Da haben wir nur eins Haben wir gerade getauscht Bei denen hier Was haben wir jetzt drin? 70 Noch einen mit ein bisschen höher 63 Ne Hier haben wir noch einen mit 91 draußen Perfekt Gut Die Seite bin ich näher an der Kiste Können wir hier auch mal gucken Können wir uns mittlerweile verbessern Jo Ah Ach Das sind die Statuen Ja Okay Gut Jetzt Jetzt hat es Klick gemacht Jetzt hat es Klick gemacht Wir Was für ein paar Verbessern wir denn Weiterhin Ihn hier Ne Oder sie Verteidigung Ich muss meinen Angriff noch mal erhöhen Gut Liegt Zeugs rum Freunde Ihr müsst auch richtig aufräumen Nicht nur so halb Ich hatte doch eben Ja Jetzt hat wieder keiner gearbeitet hier Alles muss man selbst machen Ich habe es nicht mehr als ich Das war's für heute. Ich hoffe, das reicht bei denen mit den Bären jetzt. Es sind ja doch schon ziemlich viele Pals draußen. So, wir können ja mal gucken, was im Baumenü... ...wackeln für die Wand. Holzschutzwand. Das ist schon mal nice. Irgendwie die Vermutung, wir brauchen die bald, ne? Wir brauchen die bald-wunschung. So, wir brauchen die bald-wunschung. Jetzt können wir die bald-wunschung. Wir brauchen die bald-wunschung. Untertitelung des ZDF, 2020 wir werden mal ein bisschen die base verbessern würde ich sagen drehen hatte der ist gerade nicht so wirklich gemacht ich finde das sieht jetzt nicht mehr alles so geil aus ehrlich wieso komplett eingebaut naja gut es ist ja eingebaut aber ich verstehe das macht so ein bisschen die atmosphäre kaputt finde ich ich bin ich bin ich bin Dann kommt hier so ein Tor hin. Das ist ja mal komplett blöd. Das sieht ja mal komplett schäbig aus. Dann würde ich unser Tor glaube ich so dahin machen. Ich muss mal da so einen Knick reinmachen, aber anders sieht das... Alter, das sieht so auch ein bisschen schäbig aus. Nee, das machen wir nicht. Abbruch. Hm. Vielleicht machen wir auch nur da drüben ein Tor hin. Wir gehen hier gar nicht mehr raus. Wir gehen nur noch da drüben raus. Aber es ist ein riesen Umweg. Hm. Oder wir bauen hier weiter nach draußen, über die Linie hinaus. Ich meine gut, unsere Paar jetzt machen da zwar nix, aber... Hm. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir es am besten machen. Habe ich jetzt gerade nicht so die Idee. Aber gut. Äh, im Endeffekt... Wollte ich das hier alles noch so ein bisschen umbauen, ne? Müssen wir uns noch mal überlegen, wie wir es hier am besten machen. Weil hier sind die ganzen Paar-Schlafplätze drin. Und hier oben auch. Oh. Naja. Naja. Okay. Wir haben zwei Eier, die wir ausbrüten können. Das machen wir noch. Noch so ein. Sehr gut. Surfend. Surfend oder so. Wir gucken mal nach unserem Surfend. Was das für ein Paar ist. Zack, zack, zack. Wasserpaar auf jeden Fall. Ja gut, das habe ich ja am Ei auch erkannt. Okay. Kann jetzt nicht so viel. Oh, wir könnten da ein Paar austauschen. Perfekt. Gut, haben wir da noch zwei Eier reingemacht. Ich denke... Wir machen auch erstmal für heute dann Schluss. Ja. Für diese Aufnahme-Session und auch im Twitch-Stream. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Auf YouTube könnt ihr gerne ein Like da lassen. Abo ist kostenfrei. Würde ich mich immer drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.